Weil nach vielen Jahren mein Kumpel Pflanzen, der leider nicht mehr gemacht ist, sagte keiner, keine, keine Mannschaft kann seine Fans so kreieren wie die Marcella Eintracht. Wir haben dieses Jahr nicht nur Aufstieg gelernt, wir haben nur Aufstieg gelernt. Und warum haben wir uns getan? Weil sich in dieser Saison, statt nach fünf Jahren, wo wir uns von uns gespielt haben, come on, come on. So meine Damen und Herren, sobald ich weiß, werden Sie es noch in der nächsten Saison spielen, dann steigen wir auf und früher oder später spielen wir in der ersten Liga gegen Anruf, so haben wir gesehen. Wenn wir an den Texten kommen gehen mit dieser Abländer und nicht singen I Say, sondern Eintracht, dann könnt ihr euch auf der Stelle hören, ihr werdet nicht schnell erkennen, Sweetheart, are you really great? Es gibt kein schöneres Wort, nochmal so. Als Eintracht und Gemeinschaft. So, Schwiegers, you wanna pray one more time. Für alle aus dem Kader, nächstes Jahr schaffen wir es. Ohne Generationsbild, gleich zweiter Platz. Geil! 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 Vielen Dank.